Er hat gedacht, ich will eigentlich ein Land, aber ohne Beine, so als Wurst, das bringt ja nichts. Nee, das bringt nichts. So, und dann hat er doch lange über Nacht gedacht, das war schon schwierig, weil am Anfang hatte er noch kein Gehirn. Er musste ein paar Millionen Jahre denken, bis er ein größeres Gehirn hatte. Und dann ist das auch für die nächsten Generation übergesprungen, von der Genetik. Bis er dann irgendwann, weil er sich einen neuen Lebensraum angepasst hat, hat er mit mir plötzlich Beine gehabt. Ja, Beine gehabt. Und Arme und so weiter. Hatte er gehabt. Und er hat ja auch lange noch, ist der Mensch ja noch rumgelaufen mit, muss ich sagen, hier diese Dinger dazwischen, die Flossen, wie heißt denn das? Mit den Schwimmhäuden. Ach, Schwimmhäuden, ne? Mit den Schwimmhäuden. Und da hat er ja erstmal eine Weile lang auch Problematiken mitgehabt. Dass er dann die ja gar nicht mehr gebraucht hat, weil er ja eigentlich nicht mehr im Wasser war. Der Mensch hat doch wohl keine Schwimmhäuden gehabt. Der hat eine Zeit lang noch Schwimmhäuden gehabt. Und dann ist er, da waren ja immer Steinchen drin, vom Normalen und Schmutz. Schmutzrand ist der Stichwort. Totaler Scheiß, der Mensch kommt doch von Affen her. Der Affe hat doch keine, der Affe ist doch nicht... Der Affe Spädamo, der ist jetzt auch schon wieder in der Übergangsforce. Der muss sich auch Gedanken machen, wenn das Wasser bis dort steht, wie er da mit zurechtkommt. Das ist meine Meinung. Ja, dann kann er sich ja auch noch eine Taube holen am Ende, oder was? Es ist immer ein Tier zuerst, was sich langsam anpasst. Und dann kommen die nächsten nach und passen sich weiter an. Das macht ja sein. Aber wenn du jetzt... Was hast du denn davon, wenn du deine Taube da in deiner Bude drin hast? Bist du dann... Frieden. Bist du dann... Ich hab Frieden und ich bin in Einklang mit der Natur. Wie der Inder, der auch mit dem Rind zusammenlebt. Ach, das ist eine Friedenstaube, oder was? Und nein, aber so ist das von der Natur und von der Genetik vorgesehen jetzt. Ja, das war... Meinetwegen. Du kannst auch mal was für die Umwelt tun. Du kannst mal aufhören, hier die ganze Schweinefleisch und Rinderfleisch. Weißt du, wo die Methangorse, die dir unser Ozondurch kaputt machen, das kommt nur, weil die Kühe immer so viel pupsen. Das ist nämlich die Wahrheit. Das ist das Gefährliche. Deswegen isst der Inder auch keine Kuh. Er lebt in Frieden mit der Kuh. Du kannst dir doch mal eine Taube, dann schmeißt du mal deine Koteletts und deine Karbonaden raus und dann die Hühner. Dann machst du mal eine Taube, brätst du mal hier. Eine Huhntaube oder so. Eine Taube ist mal... Eine Huhntaube. Oder ein anderes Fleisch. Oder eine Tofuwurst. Das ist doch egal. Auf jeden Fall kein Rind. Wieso soll ich denn jetzt... Ja, weil du dann... Wenn du weniger... Wenn du der Erste bist, mal abgesehen davon, dass die dann dir vielleicht ohne von Beuys kommt und dir hier eine Medaille gibt, weil du ein guter Hamburger bist, da steht dir... Weil ich hier eine Tofuwurst brate oder was? Weil du dafür sorgst, dass weniger... Was glaubst du? ...Rinderfleisch für Kuhstegs gebraucht wird. Und wenn da weniger gebraucht wird, wird es auch weniger Kühe geben. Und wenn es weniger Kühe gibt, gibt es weniger Kuhpups. Kuhpups. Die Taube, die war früher... War die nämlich ein Fisch. Die war ein Wasserfisch. Ja, natürlich. Dann war sie mal einen Moment Erdhufer und ist später zum Luftvogel geworden. Totaler Scheiß, was du da redest. Und jetzt mutiert sie langsam, weil die Erderwärmung sie dazu zwingt zu einem Tier, was sich in einer Räumlichkeit auffällt. Das ist meine feste Überzeugung. Die Taube fängt jetzt bei dir an zu mutieren oder was? Da ist sie... Deswegen ist sie bei dir in eine Wohnung reingekommen, weil sie ja jetzt schon mutieren möchte in Ruhe. Oder sie ist so die erste schon, die das schon zumindest im Kopf hat. Was hast du denn davon? Weil du sagst, in 13 Jahren ist Schluss hier mit Überschwemmungen und so. Was hast du denn von deiner Taube? Willst du die jetzt die nächsten 13 Jahre... Soll die dich dann... Soll die dich in die Luft heben oder was? Sie wird sich nach Aufgaben umsehen. Mach mir mal bitte noch ein Bier. Mach mir bitte mal ein Bier. Sie wird sich umsehen? Sie wird sich umsehen. Du glaubst mir das nicht. Da gibt es noch andere Beispiele. In New York haben sie jetzt gerade einen 3 Meter großen Biber, glaube ich. Oder war vielleicht auch nur ein Meter. Aber der ist bis nach New York durchgeschwommen. Weil der auch von der Evolution schon, muss man sagen, die Info in der Genetik weitergetragen bekommen hat. Dass da in ein paar Jahren alles unter Wasser steht. In der Bildzeitung stand, dass New York und London steht alles unter Wasser durch die Erderwärmung. Und der Biber, der ist ja ein Fuchs. Der geht ja auch schon los und sucht sich jetzt schon mal gleich eine neue muggelige Bude. Und wenn du jetzt mal sagen, hier in New York, da gibt es ja super Häuser und alles. Die stehen aber irgendwann unter Wasser. Dann ist er der Erste, der sich doch schon mal ein Appartement klar macht. Ach, er zieht da schon mal ein, oder was? Auf lau, oder was? Ja, er macht das sich schon mal klar. Er guckt sich schon mal um und sagt den anderen Biber Bescheid. Ach so, ruft er die anderen, sagt hier, ich habe eine schöne Wohnung. In der Bibersprache, Mann. In der Bibersprache, ach so. Und jetzt hier genauso gibt es auch, ist doch jetzt hier, hier, hier Stumpi. Hast gelesen, Stumpi? Stumpi? Stumpi jetzt. Nee. Du hast so eine Ende auf die Welt gekommen. Irgendwo, weiß ich nicht, mit vier Beinen. Im Ernst? Ja. Vier Beine? Ja. Vier Beine. Wo kommst du? Die geht mit vier Beinen? Eine Ende, vier Beine. Und die gehen auch alle, oder was? Bitte, die gehen alle. Die gehen alle? Die Ende geht und jedes einzelne Bein von der Ende geht auch. Fünf Muggeln. Wieso fünf? Die Ende und die vier Beine. Ach so. Vier und eins, also bitte noch fünf. Ja, die Ende geht ja wohl nicht ohne die Beine. Das ist ja, dann sind das ja nur vier. Das ist so eine Mechanik, genauso wie die Verdauung. Du sagst ja auch nicht dauernd, ich muss jetzt mal verdauen. Das macht ja der Bauch selber. Was hat das denn mit den Beinen zu tun? Aber es ist eine Automatik. Es ist eine reine Automatik. Es ist eine Affüllung. Was ist denn jetzt mit der Ende mit den Feinen? Die hat vier Beine. Und meine Meinung ist, dass das daran liegt, weil ich jetzt hier Kürill, ist ja auch eine Auswirkung gewesen von der Erderwärmung und von der Klimakatastrophe, die Stürme und so weiter. Ach so, ja, ja. Das sind doch die Enten mit zwei Beinen, die hatten doch keine Chance. Die sind doch reihenweise umgefallen. Ach, du meinst, dass sie jetzt vier Beine haben, damit sie besser stehen können, oder was? Immer nicht, damit sie besser im Willen stehen. Das glaube ich wohl. Bevor du jetzt auch schon in der Bild sagst, das ist doch alles kein Zufall, das hängt doch alles miteinander zusammen. Da ist doch jetzt ein kleiner Junge geboren worden, der hatte sechs Finger an jeder Hand. Zwölf Finger hat er gehabt. Ja. Ja, der ist der Erste, der bei den Menschen schon eine Fähigkeit hat, später mal, wenn wir wieder auf den Baum rauf müssen. Der Mensch geht ja wieder zurück, dass er auf den Baum rauf klettert, wenn das Wasser steigt. Ach so ist es? Und da ist er wahrscheinlich der Erste, der das in 15 Jahren prima kann. Ach, weil er einen Finger mehr hat. Und ein Zeh hat er auch noch einen Fuß drin gehabt. Den haben sie ihn aber abgenommen. Haben sie gesagt, den braucht er nicht. Ach so, den braucht er nicht. Braucht er nicht, haben sie gesagt. Ja. Und da weißt du, was ich dir sag. Nee, weiß ich nicht. Weißt du, wie da dahinter steckt? Wie hinter seinen Zeh oder was? Dass sie den abgenommen haben. Die Schuh-Mafia. Deichmann ist der Stefan. So, Lamander, Götz, das ganze Programm. Die wollen nicht, dass sie ihre Schuhe umändern müssen, wenn jetzt die Menschen mehr Füße ziehen haben. Die Menschen kriegen doch jetzt nicht von heute auf morgen. Dann wird das nicht der Einzige geblieben sein. Das ist genauso wie damals, wo der Mann diesen Luftwassermotor erfunden hat. Und da haben die Leute von der Ölindustrie, haben sie ihnen das immer alles verboten, damit sie schön ihr Benzin verkaufen. Luftwassermotor. Was für ein Luftwassermotor denn? Ja, wenn Wasser zu Luft wird. Ach, Sau, äh, 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 hier, Wasserstoffantrieb oder was meinst du? Wasserstoff? Und Rapsöl und so weiter, das gibt es schon ganz lang. Ja, das ist ja wohl was anderes. Ja, den Motor, den hat einer gebaut. Ja, den hat nicht nur einer gebaut, den haben viele gebaut. Den haben sie ihnen aber verboten. Der ist doch nicht verboten. Und nur deswegen haben sie ihn den... Guten Abend. Knut. Guten Abend. Mahlzeit. Abend. Hallo. Na gut. Na, Dette. Na. Grüß dich. Na, wie geht das? Oh, gut. Vielen Dank. Alles in Ordnung soweit? Ja, das ist Paletti, wie man sagt. Das ist Paletti? Ja, ja. Was kann ich denn tun für dich? RSV hat auch gewonnen, ne? 3-1, ne? Ach, hat gewonnen? Ja, tun wir nicht so, als wenn dich das interessiert. Wieso freust du dich denn gar nicht? Ich freue mich wie ein Weltmeister, aber ich will die Begeisterung ein bisschen runterhalten, weil ich muss sagen, erst mal sehe ich, dass sie nicht absteigen. Und da haben sie noch, Hupf Stevens hat gesagt, erst mal werden. Wir haben noch nichts gewonnen, weil das geht doch um, dass wir nicht absteigen. Und wir werden nicht absteigen, weil ich möchte nicht sehen, dass im Stadion drin die Uhr, wo steht so und so viele Jahre, weiß gar nicht wie viel, 43, 45, irgendwas, ne? Oh, seit... Länge, ne? 63, ne? 44 Jahre. So, es ist eine Uhr im Stadion drin, ne? 44 Jahre, so und so viele Tage, Wochen, Stunden, Minuten, Sekunden, das ist eine ewige Uhr. Das möchte ich nicht erleben, dass die Uhr stehen bleibt. Ach so, wo die Zeit, dass sie in der Bundesliga drin ist? Der einzige Verein, der von Anfang an in der Bundesliga spielt. Ach, ehrlich jetzt? Von allen? Von allen. Deswegen haben wir das Maskottchen Dino. Du kannst ja auch hören, dass du den Zusammenhang mal verstehst, ne? Was für ein Dino jetzt? Ja, das ist ihr Maskottchen, genauso wie die Kölner, die einen tauben Geist bekommen. Wieso, die haben doch hier so eine, so eine, das ist doch, der HSV ist doch mit so einem Dings. Oh, das ist die Rauhde, das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen, aber doch nicht das Maskottchen. Ach so. Na ja, gut. Kann doch wohl nicht wahr sein. Was möchtest du denn nun, Knut? Tja, ich muss ja irgendwas essen. Die Familie hat heute Senfeier gegessen, da steh ich nicht drauf. Senfeier? Nimm mal so einen Schnitzel, das sieht aus. Kannst du das Schnitzel machen? Kannst du sagen, weißt du was? Das Schnitzel, ne? Ist das ein Wiener Schnitzel, oder? Das ist wie eine Art. Wie eine Art, Schweinefleisch ist das, ne? Aber das ist sehr lecker. Aber er hat es offiziell bestätigt, also kann man ihn nicht des Betrugs überführen. Nun, du bist in Ordnung, hast mal einen Moment Pause. Das macht er ja nicht, dann würde ich ja gar nicht wieder herkommen. Schnitzel, und was bei? Ja, dann machen wir mal so einen Schnitzel und dann, ja, den Speckkartoffelsalat. Speckkartoffel? Nicht lieber hier Gurkensalat, sag mal. Der muss weg, ne? Der ist ja nicht weg, das stimmt doch, den hab ich ganz frisch gemacht. Du kannst mir ja eine kleine Portion davon mit rauftun und dann probier ich das mal. Ich kann ja halb und halb sonst. Nachher mach ich das dann gar nicht. Nur weil viele essen gerne Schnitzel mit dem Gurkensalat. Ja, dann mach ich das. Nur, ich will dich jetzt nicht... Wenn der nicht schmeckt, gibt's auch noch aus. Ja, ihr habt zu sicher sein. Das habt ihr Probleme. Der Welt geht online und der Erde erwärmt sich und ihr redet doch über, ob den soll oder den. Er hat eine Erderwärmung und er hat jetzt eine Taubung. Der Stern in der Bild-Zeitung in 13 Jahren ist finito, kaputschko. Dann ist es vorbei, aber er sagt, er hat hier, pass auf, das ist das Neueste jetzt bei ihm. Taube. Er hat eine Taube jetzt im Zuhause. Friedenstaube wohnt bei mir zu Hause. Deswegen ist bei ihm alles, hat er kein Problem. Weißt du was? Warum weiß ich auch nicht, aber... Weißt du was, weißt du was ich gerade festgestellt habe? Die ganzen Tiere verändern sich doch. Die Koala-Beeren, die werden doch jetzt gerade auch mit dem Flugzeug eingeflogen. Die sind eingeflogen mit dem Flugzeug. Ja, weil die nicht mehr sich vermehren. Die sitzen doch da und essen Pfeffermans und fallen dann irgendwann tot vom Baum. Und jetzt werden die nach Duisburg und noch irgendwo anders hin. Und ich habe mir gedacht, die könnten doch jetzt auf dem Flughafen arbeiten. Da habe ich in der Bild-Zeitung gelesen, da gehen jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Zahnpasta, gehen doch in den Müll, weil die Leute das dann nicht mehr mit an Bord nehmen dürfen. Und jetzt kannst du doch den Koala-Beeren nehmen, der schnüffelt das raus, als Schnüffel-Koala. Der schnüffelt das Pfefferminz raus und dann kann der das erstmal schön essen und sich besser vermehren, weil er dann gekühlt ist. Pfefferminz kühlt doch. Ja, aber dann werden ja die Spürhunde arbeitslos. Die können ja weiter nach Drogen und so weiter, das ist ja egal. Aber ich habe das nämlich mal ausprobiert, das ist auch eine gute Idee. Pfefferminz kühlt doch. Das kühlt doch, stimmt. Das kennt man, wenn man eine Wunde hat, macht man da Zahnpasta auf und dann kühlt das. Müsst du mitnehmen, ne? Ja, damit. Jetzt könnte man doch die ganzen tonnenweise Pfefferminz, die die da jetzt mit der Zahnpasta Tuben da irgendwo auf dem Flughafen zusammensammeln, das kann man doch in der Schweiz bringen und da auf den Berge auflegen, dann kühlt das die Berge. Sieht aus wie Schnee. Ja, aber es kühlt ja gleichzeitig. Dann kann man doch Skilaufen. Was willst du, einen Berg mit Pfefferminz kühlen, oder was? Mit Zahnpasta, das geht. Ich habe das zu Hause ausprobiert. Ich habe das so. Ich habe aus einer Teewurst ein Männchen gebaut und den, man muss sagen, auch für Klose. Du hast eine Kuhrolle ausgeschnitten und auf so zwei Capri-Eis-Stiele praktisch aufgeklebt, dass das aussieht wie ein kleiner Skiläufer. Und dann habe ich da bei mir schön Zahnpasta eine Läube auf die Badewanne aufgezogen und habe das da runterrutschen lassen. Das ging eins an. Du musst das gerade, ich habe extra nichts drüber gemacht, musst das gerade halten, dass da nichts rausgeht. Das ist eine gute Idee, ne? Das ist eine super Idee. Weil in 13 Jahren ist er eh feiern, dann können Sie das ja noch ausprobieren. Genau, und dann braucht man sicher auch nicht mehr die Zähne putzen, wenn sowieso alles in den Arsch ist. Du bist so ein Spinner, wieso bin ich ein Spinner, wenn du die Berge mit Zahnpasta einreiben willst? Die Hunde stellen sich auch schon um. Es gibt jetzt ein Handy mit einem Halter, das wird so Hunden umgebunden, ne? Das wird unten umgebunden? Umgebunden mit einer automatischen Rufannahme, da stand in der Zeitung drin, damit die Leute ihre Hunde zurückfahren. Ich hatte mal einen Wellensittel, da hat er auch ein Handy, das ist abgestört. Nein, das stimmt wirklich, ein Handy mit der Rufannahme, stand in der Zeitung, das könnte man doch Schildkröde umhängen. Er will doch auch, es zieht ihn doch zum Menschen hin, wenn er mal älter wird. Sein Panzer wird doch auch porös, willst du das gerne haben, dann kannst du hier angerufen werden von irgendeinem. Das geht von selber an, mein Schildkröde. Du musst nix machen, kannst weiter trinken, weiter rauchen und plötzlich bimmeln, kannst du sorgen? Wie kannst du denn sorgen? Und du, halt die Klappe, ich hab Feierabend. Ich muss sagen, dass ich das außerordentlich bedenklich finde, wie hier mit der Erderwärmungsproblematik umgegangen wird. Wieso, wie soll hier denn umgegangen werden? Du nimmst das auf die leichte Schulter, irgendwann ist ein Laden hier, kannst du zumachen, weil du keine Tofu-Burst verkaufst. Wenigstens hab ich das schön warm hier drinnen. Ja, kann aber auch alles. Ja, kann man nichtύtlen, wenn du, wie mein Schildkröde, ich hab versucht. gia, kann man nicht so offen sein. Ja, kann man nicht so heat-guhören. Wenn man nicht so hält, ist es möglich, wenn man nicht so leicht zu sein.